Polo Coupe C Professionell repariert Mit einem Draht Ah, das Auto Ein bisschen gelitten, leider Dach verbeult Nach hinten durch Sitze nicht mehr so gut, aber Das ist ein Zeitzeuge Praktischer Wagen gewesen, früher VW-Konzern natürlich Kam nie an den Golf ran, war nie so bedient Ist auch heute noch nicht so sehr gesucht Trotzdem sind sie selten geworden Die alten Samenpolos Einfach verbaut, man hat ja Platz zum Arbeiten Toller Wagen